Moin Moin liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zu Werners Sportstudio direkt und live aus dem Kieler Zwietrachtstadion. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Van Bergen und hier dreht sich alles um Fußball. Seit über einem Jahr versuche ich gemeinsam mit meiner Community aktuelle Fußballthemen in die beliebten Spiele wie FIFA, aber auch den Fußballmanager zu packen. Ihr findet hier eine bunte Mischung aus Videos rund um die schönste Nebensache der Welt. Fußball-Talkrunden, Transferneuigkeiten, Spekulationen, Prognosen, aber auch spannende Spiele in FIFA und natürlich dem Fußballmanager. Das Ganze steht mit einer Brise Humor und einem engen Draht zur Community. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, folgen nur noch ein paar Ausschnitte. Bis dahin und viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao! Und da kommt noch mal der Ball. Can! 4 zu 3 in der 90. Minute. Emre Can. Und Fehler von Valdes, Van der Vaat, Brutnes, leeres Tor. 2 zu 0, 64. Minute. Und da wollte der Mitspiel das Arschloch. Hier wieder der Haftbefehl. Guckt mal Leute, der Haftbefehl. Der Lappen. Der Babo. Ich werde verrückt, oder? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.